I'll teach you how to shuffle Tja meine lieben Freunde, wir müssen das Citadel mal ganz kurz verlassen, weil die 51 hat was mit dem geheimen Pfad zu tun Und ja, die geheime Pfad befindet sich in einem anderen Land Das heißt, wir stocken auf, 651 Und reisen ganz kurz ins Wüstenland Denn genau dort finden wir das Bild Das haben wir damals nicht benutzt Weil, naja Ich nicht spoilern wollte, welche Welt noch kommen Damals, als wir hier im Wüstenland waren Am Anfangs Und ja Es wäre wirklich gespoilert gewesen, wenn ich jetzt am Anfang des Let's Plays schon dieses Bild gekauft hätte Darum geht es jetzt da rein Und hier ist auch noch eine Checkpoint-Fahrne Und auch dieser Mond Gut, dann hätten wir den Schöpfen jetzt mal Und Und jetzt chopped Und r